Hallo ihr Lieben, Christian Schammerer, Paterholl, beziehungs-Coach-Club-Psychologe und ja, Weltmeisterschaft, hoffe ihr genießt es auch in der Europameisterschaft. Macht viel Spaß, aber heute kümmern wir uns mal wieder um unsere Themen hier. Sieht so Liebe aus, fragen wir bei der Zuschauer-E-Mail. Wenn du auch solche E-Mails beantwortet haben willst, kannst du über einen Formel auf liebeschipp.de tun und ansonsten gibt es dies ja erstmals eine Dating-Coach-Ausbildung bei mir. Also wenn du auch so fantastische Dating-Ergebnisse haben, beziehungsweise das deinen Klienten weiterbringen willst, ist das vielleicht was für dich. Kann man auch für sich machen. Wieder wie Bewert zum Frühbucher-Preis findet ihr unter Ausbildung auf libysche.de und ja, ist online, aber geht wie meine anderen Ausbildungen, die man jetzt auch wieder buchen kann, Paarberatung, Einzelberatung zu einem fixen Termin los und das wäre in diesem Fall der 15. Oktober diesen Jahres. Gut, geben wir mal eine E-Mail sehr spannend von Kaninsloft-Schkala und sie schreibt, lieber Christian, so lange folge ich dir schon und stecke irgendwie fest. Nach einer hammerharten toxischen Beziehung, in der mein damaliger Partner harte Drogen konsumierte, habe ich mich dank deiner Kurse da rausarbeiten können. Gibt es auch übrigens die App, kann man auch Kurse beziehen oder überhaupt die Liebeschipp-App, also auch unabhängig, wo ihr die Kurse kauft. Kann ich sehr empfehlen, Liebeschipp, einfach im App Store oder im Google Play Store. Es hat so viel Schweiß und noch mal Tränen gekostet. Letzten Endes hat er Schluss gemacht, während ich in einer absoluten Ausnahmesituation war, wegen Covid damals wohl nicht gekündigt, Job verloren, alles eben. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich erst einen Typen aufgerissen. Ja, da soll man nicht daten in der Zeit, weil da kommt nur Müll bei raus, der total niddy war und bei dem ich voll im Minusbau rutschte, dann jemand, der quasi ein Abbild von des Ex-Freundes war. Nur andere Droge diesmal. Ja, deswegen soll man nicht gleich daten, sag ich ja auch im Liebeskummer-Kurs. Er kam als Beziehungsmaterial überhaupt nicht in Frage. Während einer meiner ersten Besuche klopften Frauen an seine Tür. Wofür ist klar? Ja, es hört sich richtig gesund an. Ich war null verliebt anfangs und blieb. Ja, also wie ich immer sage, wenn ihr direkt nach einer toxischen Beziehung, das ist genau das, was man nicht machen soll, wieder datet, das ist wie wenn du ein Stück blutendes Rindfleisch in Haifischbecken wirfst. Also das ist, ich weiß gar nicht, was man da noch zu sagen soll. Das ist man, ihr dürft nicht sofort wieder daten nach einer toxischen Beziehung. Das ist super gefährlich, dass man sofort wieder den nächsten Mist anzieht. Und ich glaube, das haben wir auch. Mal hier. Die ersten Monate feierten wir viel. Ich trank, er konsumierte on top. Ist das so die Art von Beziehung, die wir hier vertreten? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Wir sind ja eher so für, will ich es nicht sagen, nüchtern als ich im Deutschen mal so schlecht an, aber so sober relationship ist schon hier unser Ding. Haben wir nicht. Dann jemand, der quasi an... Achso, jetzt warten wir schon. So, das ging eine Weile gut, bis er mir unterstellte, ich würde Männer, die schon länger kennen, plötzlich auf andere Weise grüßen. Und wenn ich nicht ans Telefon ginge, mir Zeit verschaffen. Er war voll eifersüchtig. Ja, ich meine, also alles, was jetzt kommt, ist eigentlich uninteressant, weil es in einer Beziehung, wo es viel Drogen gibt, kann man eh nichts ernst nehmen. Ähm, ähm, äh, daraufhin beendete er die Beziehung nach acht Monaten. Ach, haben wir wieder die 200-plus-Tage, ne? Nach weiteren drei kam er zurück, auch lehrbuchmäßig. Ich nahm ihn unter der Bedingung, keine Drogen. Hielt er durch, für drei Monate der Widerschluss. So ging das ewig hin und her. Mittlerweile hat er sein Leben so umgekrempelt, dass er gar keine Drogen mehr nimmt, nicht mehr trinkt und den spirituellen Weg eingeschlagen hat. Ja, gut für ihn. Ähm, das heißt aber nicht, dass er sich von der Persönlichkeit her das schon verändert haben soll. Man sieht, wenn jemand Drogen nimmt, sieht man erst einmal immer nur die Drogen. So, ne? Sind die Drogen aber weg, was natürlich ein Riesenfortschritt ist, ne? Ähm, dann liegen dann drunter häufig noch Persönlichkeitsprobleme, äh, Charakter, wie soll ich sagen, Auffälligkeiten oder, oder Spezialsachen oder Bindungsängste oder Verlustängste. Das heißt, es kann immer noch super schwierig sein, mit dem eine Beziehung zu führen. Ähm, also das ist auch immer ein Grund, warum ich, also diese Beziehung ist ja jetzt auch nicht gesund, kann man glaube ich so sagen. Und, ähm, also dann die Hoffnung, dass das, ich verstehe die zwei, das sagt man ja immer, dann mach doch das, also du hast so gesagt, nimm doch keine Drogen, das nimmt ja keiner. Genau, jetzt denkst du, ja, jetzt muss ich ihn zurücknehmen, jetzt läuft's, aber das heißt es leider überhaupt nicht, ne? Es ist wirklich besser, man sucht sich gleich jemanden, selbst wenn man selber wackelig ist, das ist vor allen Dingen gut, jemanden zu suchen, der nicht so wackelig ist wie man selber. Und nicht zu versuchen, irgendwie zwei Leute, die wackelig sind, irgendwie durch ganz viel Anstrengung, äh, unter einen Hut zu kriegen, das ist viel schwieriger, als wenn einer von vornherein schon sicherer ist, so, ne? Ähm, so, seit zwei Jahren haben wir ständig on-off. Ja, also wie fleißige Zuschauer meines Kanals füßen, heißt on-off. Nicht kompatibel, das musst du leider feststellen, ja, auch wenn die Drogen weg sind, haut's immer noch nicht hin. Wir kommen einfach nicht klar, ne? Und du bedienst natürlich auch deinen, den Dramaanteil in deinem Gehirn weiter mit on-off-Beziehung, so, ne? Und das ist, äh, da musst du auch bei dir gucken. Deswegen mach die Drama-Challenge, ich hoffe, die geht nächsten Monat wieder los, ähm, also das ist wirklich bei ganz vielen hier auf dem Kanal, das ist wirklich diese, was man schon als Kind gelernt hat, diese Neigung zu Drama, ne? Und immer wieder, äh, weil Drama kann auch sehr süchtig machen und dann immer wieder das Drama zu suchen, damit man sich um nichts anderes Gedanken machen muss. Und, ja, das ist kein Weg hier, ne? Ich stehe mir immer wieder zurück, weil er ja nur meine Beziehungsanforderungen erfüllt. Der spielt keine Rolle on-off, also das ist, was ich lehre, on-off heißt nicht kompatibel. Ist auch, äh, spätestens auf dem dritten Off. Meiner Ansicht nach nicht mehr korrigierbar, das geht, hört nie auf. Wie gesagt, vielleicht gibt's den einen Fall, ne, beim ungarischen Bürgermeister, äh, in der australischen Kleinstadt, aber ich hab noch nicht gesehen, dass das, ähm, außer jetzt, wenn einer krank wird oder ich weiß nicht was, oder irgendwas Drastisches passiert, dass sich das von selber auflöst, hab ich noch nicht erlebt in meiner Praxis so. Äh, wenn wir nicht beisammen sind, fange ich ihn an zu vermissen nach einer Weile. Ja, aber das erinnert nichts dran, dass ihr nicht kompatibel seid, ne? Noch, nach sehr kurzer Zeit, meistens nicht mal nach einer Woche, fliegt wieder alles auseinander. Was sagt euch das? Nicht kompatibel, was sonst, ne? Könnt ihr gerne wieder zu irgendeinem anderen, äh, YouTuber gehen, der wird euch sagen, ja, nur die Liebe zählt und bla bla bla. Ja, nicht meine Meinung, ja, er sagt, er will mit mir eine Familie richtig zusammen sein, eine Zukunft. Ich sage, die Liebe seines Lebens, also aus meiner Sicht alles komplett, ihr wisst, ich bin da super nüchtern, komplett uninteressant, weil durch diesen Verlauf sehe ich, das ist meine Meinung, du kannst, machst, was du willst, ne? Dass es einfach nicht passt, ne? Und man kriegt das, äh, hab ich schon lange nicht mehr gesagt, man kriegt das Vierecke nicht ins Runde, es passt einfach nicht rein, ne? Das nützt ihm keine Worte, das nützt gar nichts was, ne? Das beeindruckt mich schon, also mich würde das gar nicht beeindrucken, wirklich null, null, komm mal null. Aber ich spüre mich, ich spüre mich zu ihm, wenn er denn da ist, gar nicht hingezogen, er ist abgestoßen. Er unterstellt mir, ich habe einfach nur Angst, nee, es passt einfach nicht, das sieht man an eurem, ist leider leicht zu sehen, bei der Art, wie ihr miteinander umgeht, das einfach nicht passt so, ne? Da ist bestimmt Chemie da, aber keine Kompatibilität, ne? Ich hätte einfach Angst, würde weglaufen, mir meine Themen nicht angucken, ja, auf, würde es mir ja kaum schreiben, wenn du das nicht machen würdest. Äh, wenn ich sage, es gibt kein Grundvertrauen, äh, wegen seiner, unserer Vergangenheit, gilt das nicht. Meiner Ansicht nachspielt das alles keine Rolle, du siehst an der Art, wie die Beziehung läuft, dass dir nichts zusammenpasst. Also schon eine Anziehung da ist, aber es passt einfach nicht, ne? Er blafft mich dann an, das hilft bestimmt auch nicht. Ich sehe einfach, äh, bindungsängstlich, rede etwas von Dualseelen, oder ich sei der Gefühls... Ich muss mich gerade drüber geben. Der Gefühlsklärer, ich sage mal, die Dualseelen hier schon, hm, da gibt es ja immer den einen, der, den einen, der nicht arbeiten will, was angeblich du bist. Und deswegen schreibst du mir natürlich auch eine E-Mail hier. Also du bist der Gefühlsklärer, wie der andere jetzt auf Deutsch heißt, weiß ich gar nicht. Also es ist irgendwie so, ich glaube, im Englischen sagen die immer so der Fackel, der Fackelträger, weil der geht voran und will die Beziehungen und der andere aber nicht. Also dein Partner lebt sein eigenes, ähm, Hollywood-Film da aus, keine Ahnung, was mit dem da los ist. Aber es spielt alles keine Rolle, es passt einfach nicht, ne? Also ihr kriegt bei mir hier ein ganz einfaches Schema, wie ihr Beziehungen beurteilen könnt. Ihr müsst es nur nutzen, wenn man es nicht nutzt, dann, ja. Also der Partner mit dieser großen Liebe, äh, der mit dieser großen Liebe für ihn nicht umgehen kann, der ist, 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 also meine, ich weiß nicht, es gibt so viele Bücher da draußen, so viele YouTuber, so viele Influencer, die sagen, es muss nur, ist egal, wen du heiratest, nur die Liebe zählt, äh. Oder Rosamunde-Pilcher, nein, ich sage euch, das Date ist, also die, 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 die Passung zwischen zwei Menschen ist entscheidend. Und die kann passen oder eben nicht passen. Und wenn sie nicht passt, da kannst du zwar so ein ganz kleines bisschen, äh, gucken, ob ein Schraubenzieher eine Nummer kleiner passt oder so, das kannst du probieren, okay. Man kann so ein bisschen dran rumfallen, ja, natürlich. Äh, und auch, wenn es passt, gibt es natürlich noch viele Level. Aber wenn es nicht passt, passt es nicht. Und da ist auch mit noch so viel, ähm, und bei so einer, wie ich jetzt so höre, halbtoxischen Beziehung, sage ich jetzt mal, ist sowieso meine Meinung, es ist tot. Da, 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 da ist, da, das ist vorbei. Kannst du abhaken, ne? Also bei toxisch sage ich es immer ganz klar, jetzt weiß ich es nicht so genau, aber es hört sich irgendwie auch, äh, hört sich eigentlich ziemlich toxisch an, sage ich mal. Und dann, wenn ich sage, irgendwas ist toxisch, würde ich sagen, nie wieder. Aber auch, auch wenn es jetzt nicht richtig toxisch war, on, off, nicht kompatibel, ne? Ähm, bin komplett verwirrt, denke mir, könnte stimmen, das werdet ihr nicht passen kriegen. Aber probiert es gern, probiert es gern, arbeitet euch dran ab, wenn das euer Wille ist, alles gut, das konntet nur ihr wissen. Ich hätte das innerlich, selbst wenn ich da drin stecken würde heute und sowas, hätte ich das innerlich abgehakt als völlig zukunftslos. Und, ähm, ja. Äh, also passive Bindungsangst habe ich mir intensiv angeschaut und auch deinen Kurs gemacht. Ja, das ist ja sicherlich ein gutes Thema, auch wenn du jemanden datest, wo es einfach nicht passt. Natürlich kann man sich da passive Bindungsangst angucken, ist auch richtig. Nur vielleicht könntest du dann auch mal zu dem Punkt kommen, weil es muss doch in irgendeinem Kurs, muss das mal gehört haben von mir. On, off. Du suchst einfach an der falschen Stelle, dass das, äh, also das, das Leben sagt dir einfach, es passt. Es passt nicht, der Schlüssel passt nicht rein. Und anstatt deinen Schlüssel an einer anderen Tür zu probieren, versuchst du immer wieder, es muss doch, es muss doch passen, es muss doch passen, du rufst einen Schlüsseldienst. Und du kannst die Tür meinetwegen eintreten, aber der Schlüssel passt nicht ins Schloss, so, ne. Damit arbeite ich seit, äh, drei Jahren. Auf der anderen Seite fühle ich es einfach nicht mit uns. Hör doch einfach auf dein Bauchgefühl, Mensch. Was ist das nun? Bindungsangst? Nein, es passt nicht. Oder ist er einfach nicht derjenige für mich? Ja, wie gesagt, äh, ist er weg, will ich ihn, ist er da, will ich weg. Ja, deswegen habt ihr eine Non-Off-Beziehung. Ich verstehe das absolut. Wer ist, jeder, der in Non-Off-Beziehung war, kennt dieses Gefühl. Aber, ich meine, ihr könnt das jetzt ewig weitermachen. Ihr könnt bis an euer Lebensende, könnt ihr eine Non-Off-Beziehung führen, wenn ihr das wollt. Eure Entscheidung, go for it. Aber, das wird nicht aufhören, ne. Leider hält er die Nullkontakte in unseren Off-Snie ein. Ja, dann musst du ihn dazu zwingen. Dann musst du ihn blocken. Also, du lässt ihn ja auch, ne. Schreibt Briefe für den Kasten. Ja, musst du nicht lesen, kannst du einfach verbrennen. Oder steht einfach für der Tür. Auch da könnte man was gegen machen, wenn man wollte, ne. Ich verstehe schon, dass das Schwierigste ist. Aber man, wenn du es akzeptierst, akzeptierst du es, ne. Äh, wie eben diese Tierchen bei dem Tierversuch, die vor dem Futterdruck stehen, wo nur sehr unregelmäßig Futter rauskommt. Ja, genau. Ist ja auch in meinem Buch und so. So fühle ich mich. Und im Endeffekt beantwortet sich gerade durch Schreiben meine Frage. Ja, denke ich auch, ne. Ist immer noch, er ist immer noch diese fiese kleine Sucht. Ja, wenn man so will, ist On-Off auch so eine Mini-Sucht, ne. Absolut, ja. Nicht die Liebe, was sagst du? Komm, wir gucken noch mal unser Buch rein, ne. Würde ich mal sagen. Ah, nehmen wir mal. Wir müssen heute mal das Dicke nehmen, glaube ich, ja. So, was haben wir denn? Also erstmal Corona, Drogen. Ähm. So, ein Off. Zwei Off, drei Off. Und dann noch spirituell Gefühlsklärer. Ähm. Wird laut. Was haben wir noch alles? Das Grundvertrauen. Ja. Da hab ich's. Ja, ist nix zu machen. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. So, was sagst du? Ja, hatten wir liebeste Grüße und einen schönen Tag für dich. Einen schönen Tag für dich. Danke für deine E-Mail. Mach die folgenden Kurse. Guck mal, ob meine Ausbildung, ob alle dies Jahr mitmachen wollen. Und wir sehen uns mal wieder. Tschau, ihr Lieben. Tschau, ihr Lied. Bis zum nächsten Mal.